Hallo ihr Lieben, ich will euch jetzt mal so ein bisschen in meine kreativen Ausprobierphase mitnehmen. Ich habe nämlich Untersetzer in gelb, orange und grün ausprobiert, wie ich da irgendwie schöne Effekte hinbekomme, weil jetzt unabhängig davon, dass diese Farbkommi für mich sehr unterschiedlich war oder sehr ungewohnt einfach auch war, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Mir hat die Farbkommi dann doch sehr gut gefallen. War das für mich jetzt erstmal ein Ausprobieren, das war aber auch ein bisschen Ausprobieren mit dem kompletten Harz auch. Ich habe ja unterschiedliche, zwar von der gleichen Firma, aber unterschiedliche Viskosität und habe da so ein bisschen jetzt einfach ausprobiert. Ich habe jetzt das, was relativ dickflüssig war, immer genommen und ich muss mal sagen, dass die Effekte zum Teil mir nicht gefallen haben, zum Teil haben sie mir gefallen, also sehr unterschiedlich. Und das heißt, es werden jetzt bestimmt nochmal ein, zwei, drei Teile kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut das Videomaterial jetzt wirklich dann ist, aber ich wollte zumindest mal anfangen, weil ich da wirklich ganz viel Zeit einfach auch drinne hatte und ja, habe jetzt das Anmischen vom Harz weggelassen und auch dann, wie ich die Farben reingebe. Ihr seht dort die drei Farben, die ich genutzt habe. Die habe ich beim großen A bestellt, weil ich jetzt rein vom Bild her die Farben wirklich sehr schön fand und sie sind jetzt nicht so intensiv, wie ich es halt dachte, aber das hat man ja oft. Also wer schon mal mit Resinen gearbeitet hat, der weiß, da ist alles so ein bisschen, dann immer ein bisschen anders und dadurch ist es halt normal. Ich bin ja aktuell so ein Fan von diesen Viereckchen, keine Ahnung warum, ich finde, da sind aktuell die schönsten Sachen rausgekommen und was ich halt auch immer sehr, sehr schön fand, ich konnte da sehr gut die Namen raufplotten. Ich habe ja, wer es mitbekommen hat, hat mir ja letztes Jahr zum Black Friday einen Cricket geleistet, nämlich so einen kleinen. Ist aber einfach auch eine Platzfrage gewesen. Ich glaube, rein technisch wären vielleicht die anderen schöner gewesen, aber ich will mir halt, dass ich hätte nicht gewusst, wo ich ihn hinstellen soll und dementsprechend habe ich dann entschieden, ich nehme den kleinen und ich freue mich sehr drüber, dass es den gibt in meinem Leben. Ich kann mir also jetzt meine Namen selber plotten, ich kann mir einfach viele Sachen selber machen, die halt sonst so nicht möglich sind, weil ich einfach die technischen Voraussetzungen nicht hatte. Ja, ansonsten, ihr seht schon so ein bisschen, wie ich jetzt werke. Ich habe das Ganze übrigens ein bisschen schneller gemacht, aufgrund dessen, weil sonst das Video noch länger gewesen wäre. Und, äh, also sonst wäre es bei einer Stunde gewesen. Aber so habe ich es jetzt ein Stück runtergebrochen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem soweit alles noch gut sehen. Ähm, ich habe das Ganze, äh, wichtige Basics, wie man so schön sagt, äh, habe ich jetzt Tatsache dann einfach mal, ähm, würde ich jetzt nochmal zusammenfassen. Nämlich Epoxidharz ist ja, äh, man sollte immer Handschuhe tragen. Ebenfalls eine Maske, ähm, ich lasse auch immer das Fenster offen. Mit dem Feuerzeug, was da steht, kann man, äh, kleine Luftbläschen auch ganz gut wegmachen. Ähm, natürlich beim Anmischen gut aufpassen, dass es halt wirklich gut verrührt wird. Äh, dafür brauchen wir ein bisschen Zeit und Geduld. Äh, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr und wenn ich dann irgendwie so meine vier, fünf Minuten gerührt habe, dann gucke ich halt genauer hin, nämlich eben einfach zu schauen, sind da noch Schlieren drinne im Harz oder ähnliches und dadurch, äh, gehört da einfach so ein bisschen mit dazu, dass man sich da so ein bisschen rantastet. Bei dem Dickflüsschen muss ich mal sagen, dieses Rühren, das ist so kraftaufwendig. Und, äh, aber gut, ähm, auch das gehört mit dazu. Ich hatte immer überlegt, ob ich mir so einen elektrischen Curl kaufe, aber ich muss mal sagen, nein. Also das, äh, ich habe einfach nicht die Riesenmengen, damit sich das lohnt und ich muss mal sagen, äh, ich habe dann auch weniger das Gefühl dann für das Harz, aber das ist jederzeit, äh, für jeden, äh, unterschiedlich vom, vom Gefühl her, da muss jeder auch seinen Weg zu finden. Ich kann immer nur sagen, bestimmte Sachen, warum ich es jetzt nicht machen würde oder, ähm, warum ich mich vielleicht dann doch dagegen entschieden habe oder Vor- und Nachteile und, und, und. Und dementsprechend, ja, in der Regel versuche ich dann eben auch immer so, wie ihr es jetzt auch gesehen habt, äh, dann mit klarem Harz aufzufüllen und, äh, dann je nachdem auch zu schauen, in der Hoffnung, dass das dann auch wirklich, äh, die Masse halt auch reicht. Ich, äh, habe jetzt manchmal dann so ein bisschen auch experimentiert mit dem Resiblast. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin da noch nicht so richtig mit warm geworden, ähm, ich werde es weiter ausprobieren. Ich werde dazu, glaube ich, auch nochmal ein separates Video machen. Ich werde mich da nochmal explizit nochmal mit auseinandersetzen. Äh, ich habe immer nur Videos gesehen, da wurde mit Riesenbildern oder ähnliches gemacht, äh, damit umgegangen und, äh, das möchte ich so ja nicht. Und, äh, ja, aber ich habe natürlich auch schon mal drüber nachgedacht, ein großes Bild mal mit Epoxidhaar zu machen. Aber so richtig konnte ich mich noch nicht dazu aufraffen. Also, das muss noch einen Moment warten. Ähm, äh, wer sich übrigens wundert, warum ich immer so ein Zeberstück da drunter habe. Ähm, ich lagere die ja nicht auf diesem Tisch, sondern ich habe einen separaten Tisch, äh, wo ich es immer hinlege. Äh, und das zieht sich halt viel, viel schöner auch von dieser Unterlage runter. Äh, ich nehme das Zeber halt immer wieder. Ähm, also, nicht wundern, ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile, nachdem das mit dem Zeber auch manchmal ein bisschen schiefgegangen ist, äh, weil es irgendwie geklebt hat, ähm, habe ich dann entschieden, ich gönne mir eine Silikonmatte. Diese Silikonmatte macht sich mega gut. Ich habe mir eine große und eine kleinere geholt, äh, das heißt, die kann ich unterschiedlich auf meinem Tisch dann, wo ich es lager, ähm, dann drapieren. Ähm, wer jetzt vielleicht sagt, ja, dadurch verändert sich ja das Ganze nochmal, äh, ja. Aber dadurch da Epoxidharz so geile Effekte immer hat, ähm, gehört das für mich irgendwo dann mit dazu, äh, dass man dann eben da auch schaut, das Ganze arbeiten zu lassen. Und, äh, egal, ob ich es jetzt kurz nochmal woanders hinlege oder so, äh, das Ganze, äh, verändert sich sowieso. Also, wer Epoxidharz schon mal gesehen hat, der weiß, dass da, äh, bestimmte Sachen einfach sich so krass verändern. Äh, das werdet ihr auch sehen, wenn ich, äh, die aus den Silikonformen raushole. Und, äh, dadurch, ähm, glaube ich, versteht ihr dann vielleicht ein bisschen besser. Wer vielleicht ältere Videos auch schon gesehen hat, der wird es auf jeden Fall verstehen. Oder wer selber schon mal irgendwie mit Epoxidharz gearbeitet hat, der wird es auch verstehen. Und, ja. Übrigens, hier probiere ich gerade was aus. Ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich auch Acrylicporing... Oh Gott, sprechen ist heute nicht ganz mein Ding. Äh, Acrylicporing, äh, gerne mache. Und, äh, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen diese, dieses Ineinanderkippen, äh, überlegt, einfach mal auszuprobieren. Ich habe auch nochmal überlegt, ich werde es wahrscheinlich auch nochmal in einer Art, anderen Art und Weise machen, ähm, weil Acrylicporing, da gibt es ja diesen Flipcup, ähm, und da wird alles ineinander gemacht. Und, äh, so werde ich es wahrscheinlich dann auch nochmal ausprobieren. Und, also, ich werde jetzt nicht den Becher dann so umkippen, wie man es beim, äh, Flipcup macht, aber so ähnlich wahrscheinlich. Und, äh, ich bin gespannt. Also, lasst euch überraschen. Ich habe so ein paar kreative Ideen, um da mich so ein bisschen auszutuben. Habe auch noch andere Ideen, was ich gerne jetzt noch machen möchte. Ich habe mir wieder überlegt, ich möchte nochmal das Batik machen. Ich trage im Moment nämlich den Hoodie, den ich vor einer Zeit gemacht habe, den trage ich im Moment unheimlich gerne. Und, äh, das T-Shirt jetzt weniger, äh, das habe ich eher, wenn dann irgendwie mal, wenn ich bastel und weil es halt eh schon bunt ist. So, jetzt habe ich, äh, ein, eine neue Silikonform und, äh, das sind für Perlen. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ähm, ich habe es nur, glaube ich, als Short-Video hochgeladen. Äh, ich war ja, äh, Perlen machen aus Glas und, äh, habe jetzt keine großen Videos gemacht, weil ich war nicht alleine, wo halt, äh, die, mit denen ich dort war, äh, nicht so gerne gefilmt werden wollen, beziehungsweise das natürlich nicht gerne, also schon Erinnerungen schaffen, aber halt eben nicht so gerne dann eben auf YouTube zu sehen sein wollen. Und dementsprechend, äh, glaube ich, äh, war das dann auch in Ordnung, dass ich dazu kein Video dann hochgeladen habe. Aber es hat Spaß gemacht und ich hatte dann Bock auf Perlen. Und hatte mir dann diese Silikonform jetzt geholt. Ich muss sagen, mit der muss ich, glaube ich, noch üben. Äh, ich glaube, da brauche ich eine andere Technik für. Und werde wahrscheinlich diese, es gibt ja diese Pipette... Oh Gott, was ist heute los? Ich kann nicht reden. Äh, diese Pipetten, äh, dann nutzen und damit dann die Farbe in diese, äh, kleinen, äh, Formen dann machen. Weil irgendwie ist diese Farbe immer nicht rein. Dann gab's da Luftbläschen, dann gab's das, dann gab's das. Äh, mich hat's so minimal wahnsinnig gemacht. Also, wer mich versteht, müssten wahrscheinlich genau die Leute sein, die irgendwie auch nicht so mit Geduld gepudert sind wie ich. Und, äh, dementsprechend, äh, ja. Also, aber während ich da übrigens noch rumwurschte, äh, könnt ihr mich ja noch beim Verzweifeln, äh, zugucken. Und, äh, ja, jetzt bin ich gerade vom Dings. Also, ich wollte noch was erzählen. Genau, ich hab nämlich, äh, ich lade ja einfach zu meinem Kanal. Ich versuch's jetzt einfach immer, dass ich's einfach in jedem Video auch sage, weil ich manchmal das Gefühl habe, das weiß vielleicht nicht jeder. Ähm, ich lade in der Regel sonntags meine Videos hoch um zwölf. Da kommt immer ein Bastelvideo hoch, also so wie heute. Das, äh, was ich jetzt gerade euch hier hochlade, beziehungsweise bespreche. Ich mach's immer als, äh, Nachvertonung. Das einfach so ein bisschen, weil ich festgestellt habe, ich bin nicht dafür geeignet, beim Basteln zu reden. Da geht immer irgendwas unter. Da gibt's irgendeine Info, die nicht funktioniert. Es gibt Harz, zum Beispiel, wenn ich mit Epoxidharz mache, wo mir wichtig ist, äh, erstens, wenn ich die Maske aufhabe, hört ihr das nicht richtig. Und, äh, einfach auch, da muss ich so ein bisschen schauen, dass ich halt darauf achte, dass das Harz mir nicht zu schnell hart wird. Und, ähm, also dementsprechend vertone ich jetzt einfach nach. Und ich finde das eine gute Lösung für mich persönlich. Äh, und dadurch, genau. Und um 16 Uhr sonntags kommt in der Regel immer ein Musikvideo. Wenn mal um 16 Uhr kein Video kommt, dann wahrscheinlich irgendwann später ein großes Video. so ein Musikvideo, natürlich. Weil dann war ich in der Regel auf dem Freitag oder Samstag weg. Und hab dann dort gefilmt. Und, äh, lade euch dann in der Zeit nämlich schon das Video hoch. Und ich finde so ein, zwei Videos irgendwie mit Musik fand ich dann irgendwie immer too much, zu viel. Und, äh, dadurch, also keine Sorge. Es kommt dann ein Video, aber, ja. Falls ihr übrigens mal Wünsche habt, was ich so basteltechnisch ausprobieren soll, äh, sagt mir gerne Bescheid. Aktuell, wie gesagt, versuche ich, äh, ich will Batik machen. Ich habe ein ganz tolles Diabai gesehen, wo ich jetzt noch gucke, dass ich den, das Mut, nee, den Mut, äh, genau, den Mut einfach mal zusammennehme und das dann auch mache, weil ich natürlich so ein bisschen Bammel habe, dass das nicht funktioniert, weil es sah so schön aus. Und ich glaube, so schön, weiß ich gar nicht. Ich, ja, ich hoffe, ich kriege es hin. Und, äh, genau. Ansonsten, ähm, was habe ich noch vor? Ähm, ich habe noch von Etta Art, das Rapido, äh, das ist so ein ganz, ganz schnell außen der Härten des Haars, da suche ich aktuell noch die richtige Form, wie ich es am besten machen kann. Ich habe eine Idee und, äh, hoffe, die funktioniert dann auch so. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, aber das ist zumindest meine Idee, weil das ist jetzt eine kleine Flasche. Ich will es natürlich auch nicht, äh, verschwenden, sondern ich mache mir da sehr bewusst Gedanken und hoffe, dass ich, äh, also dieses Rapido oder Rapido oder, äh, das, das muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen, damit das, äh, dann auch so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Weil es so schnell aushärtet, äh, ja. Also lasst euch überraschen, das kommt auf jeden Fall auch. Und, ja, also dementsprechend, da werde ich so ein bisschen irgendwie aktuell so ein bisschen ausprobieren. Ich muss mich nur heransetzen. Im Moment hatte ich nicht ganz so die Muße zum Basteln. Ähm, aber die wird auch wieder kommen. Versprochen. Ja, also ansonsten, äh, ich sage auch wieder sehr gerne danke für die Abonnenten, die da sind. Ähm, ich weiß, dass die aus unterschiedlichen Gründen gekommen sind. Einfach durch die Short-Videos, durch meine Meerschweinchen, durch die Musik auch von den Short-Videos, äh, durch das Basteln, äh, viel ist es halt Batik aktuell, sehe ich, äh, oder das Resinen mit den getrockneten Blumen. Das ist aber so die Statistik, die ich halt so sehe, äh, wo halt die meisten Leute raufklicken. Aber ich weiß, dass halt die anderen Videos auch gerne geschaut werden und dementsprechend hoffe ich, dass sich der ein oder andere immer wieder gerne noch auf den Kanal verhüllt und wenn ihr dann wieder da seid. Und genau, also wie gesagt, ihr seht jetzt schon, ich wurschtel da unglaublich lange. Also das ist so unglaubliche Freemail-Arbeit und eigentlich wollte ich nur die Reste damit verballern und, äh, weil ich es dann einfach mal ausprobieren wollte, hätte ich gewusst, wie anstrengend das ist, hätte ich es nicht gemacht. Nur so als. Aber gut, was soll's, ich zeige euch auf jeden Fall gleich noch die Ergebnisse und, äh, vielleicht gefallen sie euch und bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich erspare euch mal mein weites Rumpfriemeln, das ging noch eine ganze Weile, ich hab's jetzt gerade erst so richtig gecheckt, wie lange das eigentlich ging, äh, deswegen machen wir gleich das Rausholen aus dem Form. Es ist nicht ganz so schön gefilmt diesmal, aber ich hoffe, ihr könnt's trotzdem gut erkennen, ähm, das sind die, äh, wo ich zum Beispiel auch das Resiblast mit reingemacht habe, es ist ein bisschen transparenter, die ganzen Effekte kommen nur bedingt so schön rüber, was ich natürlich ein bisschen schade finde, aber, ähm, wie gesagt, da mit Resiblast, da werde ich mich noch mal mit auseinandersetzen, aber ansonsten, äh, hat das trotzdem so den eigenen Effekt, was ich, äh, trotzdem echt schön finde und, dadurch ist es okay, ist jetzt nicht das Schönste, was ich gemacht habe, aber ich wollte euch ja mitnehmen beim ganzen Prozess, wie ich mich ausprobiere, mit unterschiedlichen Farben, und, ja, hier sieht man so ein bisschen die Zellen von dem Resiblast, ich werde es, wie gesagt, noch mal probieren, ähm, hab mich, werde mich da auch noch mal genau mal mit reinlesen und dadurch, lasst euch da dann noch mal überraschen, da mache ich noch mal ein extra Video zu und, wie gesagt, ansonsten, ich mag ja diesen Glitzer immer sehr, also auch die Formen, die sind in Ordnung, äh, das passt, äh, aber wie gesagt, äh, es könnte auch besser sein. So, hier haben wir noch, äh, eine Variante, da, äh, hat das Epoxid, hat es, glaube ich, nicht mehr ganz so schön gearbeitet, ähm, aber ich finde, das Grün kommt sehr gut zur Geltung, was ich, äh, persönlich, äh, ich hätte nie gedacht, dass mir irgendwann mal das Grün gefallen wird, und, äh, aber wie gesagt, und alles sehr transparent, ich glaube, ich muss da noch mal schauen, wie ich am besten die Farben noch mal mache, und, ja, ansonsten, der hier, den finde ich tatsache fast am schönsten, äh, äh, weil der hat so ein bisschen so eine Blumenform, das hat auch so ein bisschen dieses 3D-mäßig, was, was so ein bisschen hochkommt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, und das Gelb und das Orange, das passt mega gut zusammen, und, äh, wie gesagt, hat so eine Art Blumenstruktur, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Hier finde ich die Rückseite auf jeden Fall schon sehr, sehr mega schön, und, äh, hat für mich jetzt einfach einen sehr schönen Charakter, und, äh, dadurch, da der Rand so orange ist, finde ich, kommt da dann das Grün auch sehr schön zur Geltung, und, auch da bietet sich das halt an, wenn man dann zum Beispiel einen Namen raufplottert und dann noch mal eine klare Schicht drüber zieht, und, äh, ja, und jetzt kommen wir zu den Perlen, wie gesagt, ich finde sie schön, aber diese Arbeit, nein. Nehmt's mir nicht übel, aber ich glaube, äh, da muss ich irgendwas anders machen. Also, das funktioniert sonst so nicht. Aber, mal gucken, wie gesagt, sagt gerne, was ihr denkt, äh, ich lasse mich sehr gerne überraschen. Ich habe auch so viel, äh, dass da das rübergelaufen ist, weil ich es dann auch nicht mehr weggebockt bekommen habe, aber da lässt sich eigentlich nur sagen, einfach aushärten lassen, dann geht's leichter. Abwischen bringt nix. So, ich friemel die erst mal raus. Aber sie sind übrigens was geworden, was ich ja auch schon mal Bombe finde, ne? Also, ich dachte ja erst, oh Gott, wer weiß, wie viel da, äh, nicht drinne ist, äh, an Epoxidharz, wie viel Luftlöcher dann da, dann doch sind. Aber ich glaube, ich habe die meisten ganz gut erwischt. und dementsprechend, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Es sind noch nicht die Effekte, die man sich vorstellt, aber wie gesagt, ich wollte auch erst mal nur die Form ausprobieren. Hier ist das Blau, tatsache sehr, sehr schön. Also nicht nur das Reinmachen war jetzt ein Problem, sondern auch das Rausmachen. Ja, während ich euch jetzt noch die letzten Ergebnisse zeige, äh, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich da jetzt bei dem Prozess so ein bisschen mit zu begleiten. Ich habe noch ein paar Sachen, wo ich mich ausprobiert habe und, äh, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Ich weiß noch nicht, was ich mache, was ich hochlade, aber mal schauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, bis bald. Tschüss! 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 Tschüss!